Ja, herzlich willkommen zur gepflegten Lego-Unterhaltung. Hallo. Wir sind mittlerweile schon bei Typ Nummer 6, aber vorher noch eine Kleinigkeit und zwar... Hat Tobias was vergessen? Natürlich nicht. Wir haben vergessen, so Fiesen an den... dran zu machen, aber das habe ich jetzt korrigiert. Am Kaffeeautomaten. Am Kaffeeautomaten. Fehlt so sechs Plättchen, alles gut. Fünf. Fünf. Ja, und schauen wir mal, was jetzt bei Typ Nummer 6 auf uns erwartet. Sieht nach Dach aus. Ja, fangen wir mal. Drei Tüten Nummer 6. Das ist eine lange Folge. Wobei die anderen Folgen auch nicht kurz sind. Ich hole mich mal wieder rein. Das ist ein Kling. Ja, dann muss die Gold auch mitfallen. Ja, das ist Marc rein. Marjorie. Das ist ein Kling. Wie ein Kitschinger. Das ist der Kopf. Diese Kitschinger. Ja, da ist ja die Rock drin. Kleid. Ja, aber ich weiß nicht. Das ist ein Unterschied. Ein Rock geht nur bis zu den Knien. Ein Kleid geht ja bis zum Boden. Tja. Ja, das bitte. Das ist mein Bart. Ja, das ist ja nicht mal eine Welt. Ich und Frau und Kleinen. Trag das auch nicht, oder? Natürlich nicht. Doch tut er wohl. Da gibt es noch nichts. Du kannst unseren Zuschauern gerne sagen, dass du das oft trägst. Ja. Ich hab auch meinen Stolz. Ein bisschen ist noch da. Sind die noch zu kurz, oder was? Kann da nicht sein. 1, 2, 3, 4. Ein 4er soll da noch ein. Da kommt ein 4er dran. Und dann so ein. Ach, da kommt auch ein 4er. Das ergibt doch. Oh, Entschuldigung. Nicht schlimm. Ich hab ein Matsch verkaufen. Kommt, Gott, nein. Mit Einkaufskorb. Matsch hat ja vieles verdient, aber das nicht. Sehr schön. Ja, sie lässt sich ja schon viel gefallen von Homer. Oh, ja. Da kann Homer froh sein, dass die beiden überhaupt noch zusammen sind. Spielt, stell ich mal. Ja, stell mal dabei. Du mordst abdei. Ja, da kann er echt sich glücklich schätzen, so eine Frau gefallen zu haben. Die alles mitmacht. Ach, da kommt bestimmt auch ein 2er dran, Mann. Ja, tut's auch. Ähm, ja, genau. Wollen Sie was sagen? Nö. Sprechen Sie jetzt, oder schweigen Sie für... Ich schweige aber nicht für... Oh, Mann, nein. War ein Versuch. Genau. Wird nicht funktionieren. Die sind zu tief, ne? Ne, ne. Boah, ey. Du übrigens auch. Ja, schon. Jetzt kommt Schwung in die Bude. Ja, sind wir auch schon fertig. Echt? Ja. Oh. Aber das sieht nicht viel nach jedem Fall aus. Das tut es nie. Das stimmt. Ja, 3... 5... Die eine Ecke ist nicht offensichtlich, ne? Ja, ich zähle gerade. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ähm, dann kommt hier so einer. In einer flacher. Was ist das denn für einer? Oder ist das von... Ach, das ist von oben. Alles klar. Jetzt weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Ach, der kommt. So. Das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn, ja. Ja, stimmt. Wieder du als Maunier. Ja, deine Seite, meine Seite. Ja, genau. Sinn, ja, du als Maunier. Mein Haus, dein Haus. Mal gucken, wo kommt der hin? Der kommt da hin. Tja, was befindet sich über dem Küki im Markt? Das Geheimnis wird gleich gelüblich. Ja. Ich weiß es nicht. Schau mal. Die ganzen Leichen wahrscheinlich. Roter. Weißt du, wer fehlt? Wer fehlt? Ganesha. Ganesha? Mhm, diese Elefantenfigur aus dem Hinduismus. Ach so, ja, stimmt. Ja, der darf auf dem Tresen stehen. Der darf auf dem Tresen stehen. Oh, Lego, Lego, Lego. Oh, oh Gott. Jetzt kommt ein bisschen Dach. Ein bisschen Dach, das ist auch geil. Es kommt ein bisschen Dach. Das ist sehr schön. Ja. Ich freue mich. Ein bisschen Dach. Oh, da haben wir bestimmt vielleicht irgendwas übersehen gegangen. Äh, weswegen? Ach nee, das ist immer ein zwei. Es kommt ein bisschen Dach. Das kam gerade sehr gut. Ich habe früher mal viele Dächer gebaut bei meinen Stadthäusern, die es aus Lego mal gab. Das ist das, was man heute unter Lego City kennt. Ja, richtig. Ah, das hätte ich nicht vergessen. So, man hat es schon wieder auf den Geschoss. Das ist nicht ihr Tag. Ach so, ja, kommen diese... Du kannst gerne mitmachen. Ja, schon dabei. Das sind einige. Also ein paar. Zwei Stück. Ähm, ja. Was ist denn jetzt so? Wer suche, der findet. Das ist auch ein dooferspruch, der nicht stimmt. Ja, aber... Was meinst du, wie viele Lego-Steine ich früher gesucht und nicht gefunden habe? Jaa... Warte mal kurz. Ist das richtig, dass da eine Reihe frei ist? Ja, ne? Ja. Ja, das sieht man ja auch. Ja, das sieht man ja auch. Ja, ich wollte nur sicher gehen. Ich habe immer seltene Steine, musste ich immer suchen. Ich habe immer die ganzen Möbel auseinandergenommen. Ja, wer so rote, 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 wer so rote. Das kommt eben nicht in meinen. Ach, du Lügegüter, was gibt das denn? Ja, das sieht sehr anders aus. Ähm. Hä? Das kommt mittendrauf? Ja, das kommt mittendrauf, ohne irgendwie was zu tischen. Sehr strange. Sehr strange. Die verwenden sich schon, was dabei gedacht haben. Da sprach der Experte. Hä? Nee. Genau. Das muss, deswegen sag ich ja so mittendrauf. Ja, okay. Das war ja gemeint. Ja, okay. Ja, und dann kommt die zweite Reihe im Grunde. Die zweite Reihe, doch. Ziegel. Malala, 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 malala. Ja, so schnell muss man mal Dächer im Realheim aufbauen können. Das ist eine eintönige Folge. Du weißt ja, wo wir gefließt haben, das war auch schön. Das ging auch flott, ja. Das ging auch richtig flott. Das war nicht die letzte Reihe. So, was hast du da falsch gemacht? Da kommt auch ein Zweier hin. Das ist schon richtig. Verdammt! Genau da? Nein. Nee. Wenn natürlich dahin wohin gehört. Ja. Der kommt mittig. Über die Tür. Über die Tür. Cool. Das ist richtig. Und die nächste Reihe. Nee, noch nicht. Zweimal. Ja, aber deine Seite einfach meine Seite. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Ja, verstehst du das? Gliess es ein. Ich denke, man wird das Dach wieder abnehmen können. Mhm. Wie das bei dem Simpsons-Haus auch darf. Ja, sonst kannst du es ja nicht bespielen, ne? Ja, doof. Wenn das fest wäre. Das kommt hier. Aber ich finde das schön, dass das einzelne Teil noch nicht solche Lücke sind. Ja. Du bist dran. Ähm, ja. Ich hänge ein bisschen hinterher. Ich hänge. Ja, genau. Das habe ich. Bin nicht so schnell wie Thorsten. Ach was, ja. Da kommt ein Zweier rein. Das macht das Alter. Ja. Wie kommt es mehr rein? Kommt so einer rein, ja. Ohne Lücke. Ohne Lücke. Ohne Lücke. Ohne Lücke. Das ist ein Dach, ne? Haben wir irgendwas vergessen? Ach ne. Das sind ja Ecken. Alles klar. Ecken drei von dem. Ein bisschen Dachfart. Da müssen wir mal aufpassen. In der Mitte. Eins, zwei, drei. Dann kommt da ein Zweier rein. Ja, da habe ich auch schon gezählt. Und dann kommt so ein bisschen Gedöns. Etwas noch im Zweier. Oh Gott. Was gibt das denn? Gedöns. Gedöns. Das ist mein neues Lieblingsmacht. Gedöns. Das sieht interessant aus. In der Tat. Oh Gott. So, jetzt kommen zwölfmal diese grauen... Umrandungen und was darüber das ist? Die kommen... Ja doch, davor, ne? Umrandungsgedöns. Ne, die kommen nicht dahin, oder? Die kommen dahinter. Ja. Weil das hier eine Höhe ist. Ja, stimmt. Oh nein. Ja, mein Gott. Was denn? Mein Hummer. Mein Gott, mein Hummer. Mein Mo. Haben wir alles? Ja. Ah, Küki-Macht. Erstmal. Noch mehr Gedöns? Noch mehr Dach. Oh ja. Wieder drei Stück. Ein bisschen Dach muss sein. Genau. Dann kommt das Regen nicht mehr rein. Genau. Der neue Song von zwei Unternehmer. Kaufen Sie jetzt. Downloads bei iTunes und so. Natürlich. Bei Spotify und so. Wie sie alle heißen. Spotify. Ich hier auch noch raus. Ja, das ist deine Seite. Ihr Motto, mal meins mit. Und dann war doch pleite von den Streamern da. Ja. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ob er wurde übernommen oder was. Das kommt rein. Das ist jetzt nicht mehr im Kopf, wer das war. Nicht schlimm. Geringfügig unwichtig. Genau. Aber das ist genau dasselbe. Du zahlst jeden Monat, weiß ich nicht, dein 10, 12 Euro. Und du darfst nie sagen, das ist jetzt meine Musik. Mhm. Das ist genau so Blödsinn. Ja. Ach, die Ohren kommen daneben wieder. Okay. Uiuiui. Ich fang schon mal. Aber die Folge verspricht tatsächlich etwas kürzer zu werden. Ja. Die geht auf jeden Fall gut auf meiner Hand. Die geht gut ab, wa? So. Ein Quitti-Marktschild. Riesenschild. Ja, das will ich auch gesehen werden. Ja. Wäre auch schlecht, wenn man das nicht vom Weiten sieht, ne? Klingt ja nix. Wobei, so hoch ist das Haus ja nicht. Naja, stimmt. Irgendwie passt das nicht. Da brauchst du sogar das E zusammen. Ja, könnte sagen. Ja, ist so. So ein komisches E. Das ist dann auch irgendwie nicht richtig, ja. Dein E sieht komisch aus, ja. Genau. Wahrscheinlich sind die beiden vertauscht, ja. Oh Gott, jetzt ist alles so. Oh Gott. Jetzt muss ich erstmal mal wieder nehmen. Hm. Hm. So besser. Hm. Gut, durch die Platte hier drauf. So, dann haben wir das nie. Hm? Das sieht aus wie ein E, ja. Gib ihm einen Flügel. Welchen Flügel? Ich dachte, du baust den Flügel hier. Ich hab das hier gebaut. What the hell? Das ist da drunter. Sorry. Und ich dachte, er baut einen Flügel. Nein, baut er nicht. I believe I can fly. Ich glaube, ich habe Flügel. So, das kommt so dran, dann kommt das so dran. Bums, dann kommt das so dran. Genau. Bums. Das eh, wie gesagt. Das kommt da dran, oder was? Das kommt da drunter, genau. Quasi. Bündig, so. Meinen Sie? Was geht das hier für eine Großbritze? Und der kommt, ja. Aha. Letters da um, bitte. Sieht sehr interessant aus, ja. Eins, zwei, drei. Dann kommen die Flachen. Die Flachen. So. So. Oh. Wir haben noch vier Latsch drauf. Umfälle sind hin. Nicht vermeidbar. Das ist Standard. Geschlagen wird immer. Ist das richtig, was sie hier machen? Da kommt diese Broschen drauf. Dekor. Achso, da kommt erst mal deins und deine kommt. Boah ey. Ja. Grün-Weiß. Was denken die sich bei diesen ... Ja, das frag ich mich auch. Bei diesen ... Zwischenrollen. Darfst du übrigens kleben? Ja. Aha. Barf ich. Ich kann schon mal gucken, ob ich ihn weiter machen kann. Oder ob ich ... Tatsächlich, das E sticht hervor. Krasser Scheiß. Oh. Du sollst es nicht kaputt machen, Tobias. Ich weiß nicht. Davon hat kein Mensch gesprochen. Das ist ein friedliches Land. Kippa. Okay, reicht ja nicht. Wow. Das ist ein riesen Werbeschild. Das war's auch mit der Tüte. Vielleicht. Yes. Wow. Wir drehen das mal um, damit ihr das auch seht. Jetzt wisst ihr, was wir bauen. Genau. Das ist krass. Das ist richtig krass. Das ist eh sehr stark. Quick eat one. Super. Ja, das war Tüte in 6. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. So sieht's aus. Ciao.